Wie geil war das denn jetzt? Kim. Wie geil war das denn jetzt? Wie geil war das denn jetzt? Wie geil war das denn jetzt? Ja ok, das sind jetzt Steine, das ist scheiße. Da hinten haben wir den Fluss ab. Ich hab das alles bedroht. Die braunen Wies. Die braunen Wies. Ich hab das gefeiert. Toll. Die braunen Wies.